Wir sind auf der Plasma-Fregatte, müssen die Schalter deaktivieren, das ist unser Plan. Und ich würde sagen, wir machen weiter, ich hoffe, ich finde sie alle. 3, 2, 1. Dreh dich weg. Danke. Ich versuche somit in der drüben, die sehen so aus, als könnten sie stürmen. Dreh dich weg. Dreh dich bitte weg. Dreh dich bitte weg. Dreh dich bitte weg. Dreh dich bitte weg. Aha, ich glaube, ich versuche es mal mit dir. Dreh dich weg. Dreh uns mal hier lang. Okay, das war falsch, glaube ich. Okay. Haha, es sind wir hinter den... Oh nein. Wir sind gerade hinter den Typen, wo wir gerade hinwollten. Ich werde mich einfach nicht wegdrehen. Ich schaue star in seine Richtung. Dam, 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 dam. Und bam. Yay, alle Blacks, wir haben den deaktiviert, das ist gut. Okay. Nein, das wollte ich doch nicht. So, versuchen wir mal hier rauszukommen, ohne große Umstände. Versuchen wir mit durch die Tür gehen. Müssen wir einfach irgendwo hier rauskommen. Dam, 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 dam. Dreh dich mal bitte weg. Danke. Hi. Ja, mitten auf der Plasma-Dreferrate. Einfach mal so random ausruhen. Good job. Hi. Und damit sind wir an den Leuten vorbei und gehen hier rein zu den Barrieren. Dam, dam, dam. Hui. Katzi, incoming. Hi. Du bist weiterkommen, mein Bist. Du bist ein beachtlicher Trainer. Wo du der Klaque herkommen bist, zeigt sich was Besonderes. Sieh her. Ein legendäres Eis-Pokémon, Kryurum. Arrrr. Also. Ein Eisgeschosse, wie wir aus Tira-Axity-Apgefilter haben, wurden mit Hilfe von Kryurus, Grassum und Team Plasma-Technologie hergestellt. Also dann, du könntest ein riesiges Vertrieb im Wasser werden, deswegen werde ich dich hier und jetzt aus dem Weg räumen. Objekte! Das kannst du vergessen. Dankst du Black-DBN-Aktivik hast, du hast mir echt geholfen. Hm, ich werde euch beide beseitigen. Zeit für ein Duell. Bam, 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 bam. Okay. Okay. Und ein... Oh, Legend-Devig in coming! Legend-Devig-Counter, auf geht's! Immerhin ist das Pokémon mit den niedrigeren Level. Deswegen achte ich auch irgendwie als stärkeres Pokémon. Ich versuche es mal zuerst zu besiegen, sagen wir mal. Ups. Okay. Ich erachte natürlich Simulala als das schwer stärkere Pokémon, deswegen werde ich es zuerst beseitigen. Ah. Ich erachte, wie gesagt... Ja, ich erachte, Simulala ist der schwierige Pokémon, weil er es, äh, Samenbombe kann, deswegen werden wir es zuerst besiegen. Haha. Ähm. Es war offenbar, finde ich, ein Move für... ...Montags. Tja, ein Hiebge daneben und warte, so bitte. Doch so viel Damage. Störb, Simulala. Rampschlag. Immer mal, dass du irgendwas dummes. Auf mich. Au. Bitte mach jetzt... ...eises Kälte danach oder sowas. Volt-Teckel. Wie gesagt, ja, achte beide Pokémon... ...ist wirklich sehr stark, weil sie die Elektro-Wanzen-Pokémon attacken können. Ich zeige euch den Mittelfinger. Zorak. Zorak. Shiny, Shiny. Okay, aber so muss man mit Mobile-Heb. Bäm. Tragedy, okay. Bäm. Ich weiß überhaupt, ich weiß gerade aber aktuell auch gar nicht meine Schwächen, die Zorak direkt hat. Okay, denn hier Stern hier und gut ist. Es trifft den Gift gut. Boden ist gut, den Gift, aber schlecht gegen Stahl. Nein, Boden trifft mich sogar vielfach effektiv, sehe ich. Elektro wird auch von... Auch nicht von Elektro trifft uns normal effektiv. Eis ist neutral. Und ins Treffen... Ja. Wir haben nur zwei Schwächen. Drei... 2,5 Schwächen. Sparkle, Sparkle! Seht ihr Wasser, auf geht's. Burn, please! Samenbombe. Denkt immer noch, dass man Mantrax ein Wasser-Pokémon ist. Plutsauger. What the fuck? Das sieht garantiert serviert aus! Evoli wird von Ninto ja eingesetzt. Wie gesagt, ich finde, das passt immer noch super perfekt rein. Ähm... So muss man mit Sternenheb. Auf Symbolara. Bam, bam... Wow! Wir haben ein anderes Boost bekommen von Sternenheb. Oh mein Gott. Ich bin geneigt, endlich nur noch Zorak zu benutzen. Warum niemand auf die Idee kommt, in irgendwelchen Speech-Warn Zorak zu nutzen mit dem Glücksei. Das Vieh levelt einen so, so krass davon. Alter, das ist effektiv. Wo wir von Sprechen sprachen. Zorak hat eine Feuerschwäche. In der Hoffnung, dass Evoli jetzt Sternflex auslöscht. Yeah. Okay, ich mach den Freitag auf Evoli. Und Evoli ist aber von Typ... Pflücker. Doch, so... Wasser ab... Wasser, okay. Neutral, Damage. Ah, Dead Magma! Ne, auf die ist Dead Feuersäulen, ja. Lavasturm. Ich nehme mir gerade vor, wie das ganze Schiff in Flammen aufgeht. Das muss wirklich sehr interessant aussehen. Also dann Sternenheb. Ich habe einen Angriffsboost bekommen. Ähm... Ich bin überlegt, ob ich Zorak das beibringe. Mit dem... Dass ich einen Angriff wusten kann. Für... Entweder für Siedelwasser... Oder für... Drachenpuls. Komm, Stern, hit them all. Gegen was ist eigentlich Stahl nicht so gut? Gegen die Steinsattacken? Gegen Stahl selber? Nein, gegen Stahl, ja. Nee. Äh... Stahl ist nicht gut gegen Feuer, Wasser... Und Elektro. Au. Ich glaube, es wird reichen. Ja, das reicht. Es reicht. Es liegt viel. Zaboga wird von... In den Kampf geschickt. Ja, dann einfach mal Sternenheb im Ohr, ne. Danke. Bam, 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 bam. Okay, weiter geht's. Und Schüsser, Oga. Ich muss mich heilen gehen. Oh, fast neues Level ab. Wo liegt auch nicht zwischen deinem und meinem Pokémon-Team? Alter, schützt nicht vor Traurheit. Nein, Alter, schützt vor Traurheit nicht. Irgendwie sowas. Ich werde niemals gegen den Blasen verlieren. Übrigens, wo sind wir hier? Dieses Pokémon. Es ist mit Eis bedeckt. Kann es sein, ist das, was es wird, Vicky? Hm, du bist schlauer, als ich dachte. Wenn du so viel verdammt hast, bist du so... Wieso bist du ein Riesig beingegangen, unsere Stecke einzudringen? Das ist doch offensichtlich! Du, also, mein Pokémon, meine Schwester, zu bekommen. Wissen wir etwas, der vor fünf Jahren in der Übersetzung der Empfehlung gestohlen hat. Ein einfaches Figurium. Das wird niemand... Das wird jemand gestohlen haben und jetzt für sich benutzen. Aber was ich nicht verstehe, es gibt noch andere Figurium. Warum hängst du an diesen einen? Dieses Video ist absolut wie meine gesamte Welt. Verstorben ist, wo es war, dass extra von meinen Schwester gefangen ist, unersetzlich. Ein Andenken an jemanden, das mag aber sehr wichtig sein. Aber für dich ausstehen, es ist ein unbedeutende Angelegenheit und schlabere zu viel. Es ist nichts im Vergleich zu diesem prachtvollen Schiff. Es nur die Kraft des legendären Purgus, Kyurem. Damit willst du uns dieses Mal gelegen, Einheit zu unterwerfen. Sieht zwar aus, als hätte ich die Kyurem vollständig regeneriert. Ich werde es denen erst keinen sinnvollen Ernährten. Der Rest überlasse ich euch, Finster Therio. Geht kein Müll, da ist die sie verloren. Ach, Bitches. Wow, 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 wow. DS, please. Also, ihr habt bei mir flacke, das ist auch gerade so heftig. Offenbar kommt er mit der Katzin nicht ganz klar. Ähm. Keine Ahnung. Das ist auch mal die Katzin. Das sieht wirklich serviert aus. Ähm. Katzin, please. Sei vorbei. Was geht denn mit der Katzin ab? Katzin, bitte. What the fuck ist das? Ich halte es nochmal an. So müsste es eigentlich aussehen. Und so sieht es aus. Okay, bitte sei es wieder nochmal. Danke. What the fuck? Was war das denn? Team Plasma, wenn ihr da fliegt, ihr kommt mir nicht. Ähm, was ist da drüben? Tut mir leid, dass ich zu spät komme. Ich vermute mal, es hat Richtung Riesengotte gefliehen. Wieso, wir hätten liegen neben uns. Ute 22, gut, ich gehe jetzt dahin. Kane, komm, du auch mit. Dieses Pokémon, Kirukum, Oda, findet deine Stimme, klang irgendwie taurig. Ute 22, auf geht's. Die, ähm, missbraucht ein Plasma-Krimus-Kräfte, elf für eine böse Machenschaft, ne? Jetzt kommt's. Darf ich mich bewegen? Wir wollen, wir wollen mit Team Plasma aufhören. Wenn Kirukum anlegen, das Sache-Pokémon ist, so wie Lysander sagt, dann können wir ihm in einem Zürrung oder Richtschirm die Stirn bieten. Aber kann dieser beide Pokémon erst im Moment hier? Wo sind die beiden Träder, die von dem Pokémon erkennen? Ich gebe dir einen Tipp. Der eine ist der, der schwarz und weiß gespielt hat. Und der ist irgendwie gerade nicht da. Und der andere ist ein. Ich werde mich aufmachen und die suchen. Okay. Danke für diese klaren Worte. Fliegen. Wir müssen also auf Probe 22 ab. Ich denke, Pokémon-Liga oder so, keine Ahnung. Team Plasma aufhalten. In the name of Kayn halt, ne? Und ein, was ich die ganze Zeit schon machen, und zwar unser eines Pokémon ist nämlich super defensiv. Ah, schärfer. Äh, ich denke, wir können das Zeug den, den Angriffswert erhöhen. Ich, 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 ich lage es nochmal nach, bevor ich es mache. Na, was ich machen wollte, ist nämlich Horde nach einem Pokémon beibringen. Wenn es es lernen kann. Nein, kann es nicht. Ich finde ich wohl, es ist meist höher. Aber das Pokémon wird immer uselesser. Es hat nämlich nur eine gute Verteidigung und so, aber sonst nichts halt. Naja, ich lade es mal im Team, weil besser als ein Level 19 wo anderes Pokémon ist, auf jeden Fall. Yay! Bam, 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 bam. Angekommen, wieder topfit. Kommt jetzt, hoffentlich breit wieder vorbei. Kauf! Gib mir mal noch ein paar von den Top-Genesungen. Und ich wollte, da dachte ich mir, da wird es nur noch ein paar Beleber geben. Genau. Perfekt. Kommt bald, Bieter. Hude 22 war es. Also wieder nach oben. Auf geht's. Ein bisschen wieder Schutz. Ich weiß gar nicht, ob wir Pokémon bekommen können. Oh gut, es blockiert war. Ha! Reingelegt. Nein, das ist ein Trainer. Oh, nein, das ist ein Trainer. Okay. So, und... Weiter geht's. Ich bin jetzt gerade irgendwo in den Höhlen-Eingang, wo ich rein muss. Ähm... Ähm... Wir müssen nach hinten, okay. Kommen wir nicht hin? Ja, möchte ich. Da liegt ein Item, hoffentlich. Flucht-Knopf. Das ist ein interessantes Item. Ich weiß nicht, ob wir es benutzen werden. Na, komm. Oh, das ist ein Pokémon. Uh. Hustasa. Hustasa! Okay, klar. Wir sind immer noch hart unterlevelt. Nur nicht mal Level 50. Ich wollte es nicht fangen. Heute fliehen. Das andere Pokémon ist garantiert ein Item. Danke. Je, das bringt's voll. Okay, auf... Auf... Auf wie geht's hier rein? Wir können offenbar nur nach unten gehen. Hi. Sieh eine Ahnung, dass wohl... Wo an der Zeit all jene, die sich den Weg stellen wollen, eine ordentliche Abbreibung zu verpassen. Hey, sind wir aber jetzt fertig hier. Wird lange Zeit. Sie sollten uns dann mal beeilen. Dann bist du also ganz alleine zurückgeblieben. Und dann suchst du mal aus, gegen wen du von uns ein möchtest. What the fuck? Ich bin jetzt so, rennest dich nicht, dass dann nicht dieser ehemalige Mitgehnung, die Blast war. Das ist irgendwie so ein Runninger, kann das sein? Ich arbeite als Spielhund für Robelius. Es kommt, es sagt, dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Ähm. Sieht so aus, diese Aufgabe, offenbar. Von mir ganz vorgeschrieben. Es ist nicht also einfach als ehemalige One-Thema, bla bla was. Man hätte jetzt was zu sagen sollen. N war halt gut zu den Pokémon. Daher möchte ich sie jetzt ebenfalls von bösen Menschen beschützen. Du hast recht. Ich werde mir es nicht schaffen, den Blast-Mann-Denk rauszumachen mit N und dir nie in eure Namen reinzurechnen. Na gut, dann werden wir mich. Werde ich mich gleich mal auf den Weg machen, Cain. Das Cain hat irgendwie gefehlt. Oh, vielen Dank. Ob gleich wir sagen, was geschehen zum Wohl der Pokémon haben. Mir letztlich doch nur getan, was wir wollten. Bei Zeihung. Aber es gibt dann noch etwas, was ich erledigen muss. Muss das Klo, oder was? 3 Minuten durch mich. Das stärkste Sonja der Welt. Gibt es eigentlich irgendein Item oder sowas? Das ist das einzige Grund, warum ich es mache. Item. Item. Oh, ist eine Abkürzung. So, jetzt gehen wir kurz nicht raus. Ich glaube, das ist... Wenn wir es später benutzen, irgendwie kürzer oder so. Genau. Genau. Das Item hole ich mir. Sowas von! Yay! Sonnkern-Power! 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 Strom-Milisierer. Moment! Bewirkt es, äh, dass zufällig, dass Elektro keine Wirkung haben? Ah, ne, doch nicht. War's, aber kurz. Stärkt Geist attacken. Und es ist egal, dass wir wieder aus dem Kampf mit einem Team-Pokémon auch für Stärken drauf. Stärkt Geist attacken. Höchst Psycho attacken. Nope. Höchst Psycho attacken. Okay. Ja, möchte ich. Auf geht's, die Plasma-Kloppen. Hey, what the fuck? Was kommt mit für Pokémon? Ich stecke halt in der Fläfel. Hä, warum kommt das? Ich habe doch Schutz an. Okay. Nevermind. Hi. Hi, ihr. Ich stehe hier wache. Niemand darf entkommen. Jemand vorbei? Okay, äh, da geht man halt oben, dank. Bam, 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 bam. Ich muss erst mal so zwickern. Warum kommt... Habe ich Schutz nicht mehr an? Klima-Schutz. Ist doch schön für Schwalbos. Das ist doch prima fürs Hass. Ich bin ein Wasser-Pokémon. Ich mache ein bisschen schneller. Okay, sind Schwalbos. Beutel. One minute for me. Na? Alter, ich will den Schutz benutzen. Item. Macht, Linse. Yay. Zeit. Ein EV-Training zu machen. Oh, der ist ein so sinnloser. Und damit kann man einmal im Kreis laufen. Sehr schön. Sind wir einmal im Kreis gelaufen? Ich glaube, ich musste irgendwo raus. Gehen wir mal hier unten lang. Aber das bringt ja auch nicht viel. Oder müssen wir... Oh, hier geht's runter. Alles klar. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bis zum nächsten Mal. Ciao.